Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Barefoot Urbexer. Ich bin Urban Explorer. Bei Urban Exploration, kurz Urbex, geht es um die Erkundung und Dokumentation verlassener Orte. Einbrüche und Vandalismus sind tabu. Wir behandeln die Orte mit dem Respekt, den sie verdienen. Denn jeder Ort hat eine Geschichte. Der Codex der Urbexer besagt, nimm nichts mit außer Fotos. Hinterlasse nichts außer Fußabdrücken. Genau das mache ich, denn ich gehe barfuß. Schuhe sind unbequem, meistens ziemlich unpraktisch und werden überbewertet. Wer die Augen offen hält, entdeckt nicht nur verlassene Orte, sondern geht auch Gefahren rechtzeitig aus dem Weg. Außerdem überstehen Füße viel mehr unbeschadet, als die meisten Leute glauben. Abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen und seid bei meinen Abenteuern dabei.